Gottes Furcht, Gehorsam, am warnenden Beispiel von Hananias und Zafira. Anhand der Schrift weiß man, dass der Vater im Himmel in der Wüste in seinem Zorn ein Warnzeichen gesetzt hat, in dem er einen Teil der rebellischen bzw. ungehorsamen Israeliten ausgetilgt hat. 1. Korinther 10,8 sagt, Wir wollen auch keine Unzucht treiben, wie manche von jenen es getan haben, sind doch deshalb von ihnen an einem einzigen Tage 23.000 gefallen. In Apostelgeschichte 2,4 liest man dann, dass die Apostel bzw. die Jünger den Heiligen Geist empfingen. In Apostelgeschichte 5 geht es dann um Hananias und Zafira. Zwei Menschen, die sich im Herzen vorgenommen haben, den Heiligen Geist zu belügen. Beziehungsweise den Geist des Herrn zu versuchen. Die Folge? Der unwiderrufliche Tod der beiden. Apostelgeschichte 5,11 sagt, Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Meines Erachtens sollte der Vorfall von Hananias und Zafira als Warnung an die restliche Gemeinde gedacht sein. Mit der Aussage, dass man den Heiligen Geist nicht schmähen sollte. Vor allem nicht mit dem Marmon oder ganz allgemein mit weltlichen Gütern. Man kann eben nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Laut 1. Korinther 10,21 Es gilt sich zu entscheiden, denn niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Marmon. Matthäus 6,24 Im ersten Johannesbrief liest man unter anderem auch von Sünde zum Tod und Sünde nicht zum Tod. Es gibt Taten, die auf Dauer das Leben kosten. Und das Leben ist sicher nicht im Fleisch zu finden. Das Leben findet sich nur im Geist. Wenn man als Christ aber diesen Geist mit weltlichen Gütern schmäht oder betrügt, dann sollte man sich nicht wundern, wenn man früher oder später vom Glauben abfällt oder der Betrug der Sünde die Herzen erkalten oder verhärten lässt. Das warnende Beispiel dafür ist unter anderem die Gemeinde Laodizea. Weder warm noch kalt. Eine Gemeinde, die sich nicht für den richtigen Weg entscheiden kann. Genauso wie beim warnenden Beispiel von Hananias und Safira oder den Israeliten damals in der Wüste. Ich möchte mit diesen paar Zeilen einfach nochmal zur Selbstprüfung ausrufen und macht euch auf jeden Fall nochmal Gedanken. Prüft alles, das Gute behaltet. Nähert euch vom Wort laut Matthäus 4,4 und ich wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen und so Gott will. Bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.